Ja, wirklich für manche kann dieses Thema überhaupt, die ganze analoge Welt, etwas exotisches sein. Wir arbeiten daran, dass das näher zu euch kommt, wenn ihr mindestens daran interessiert seid. Vielleicht sogar seid ihr ja schon mittendrin in dieser Welt, dann ist das alles nicht mehr so exotisch wie dieser Mann, ein Elmshorner in Erlangen. Ganz oben, zumindest nach Bayern, Franken, die besteht drauf. Du konntest dich daran gewöhnen mittlerweile? Sehr gut, man kann sich sehr gut daran gewöhnen. Das Essen ist sehr gut, die Menschen sind sehr nett und die Landschaft ist auch schön, es ist sehr schön da. Wir wollen nicht nur Erlangen und Franken als Lebensmittelpunkt bewerben, wir möchten sprechen über das, was ihr bei Clear Audio herausgebt und da auch sprechen über die Details. Nils Hölscher ist bei uns, der Vertriebsleiter und wir sprechen jetzt über etwas, das vielleicht manche Menschen unterschätzen, wenn sie sich frisch mit dieser ganzen Technik auseinandersetzen. Es geht nicht um den Plattenspieler, da kann man eine Menge richtig und falsch machen, es geht nicht um die Nadel, auch das ist nochmal ein Weg, eine ganze Welt für sich. Es geht um den Tonarm. Warum ist der Tonarm ausschlaggebend für guten Sound? Das ist doch eigentlich nur erstmal ein Stab. Es ist ein Stab, genau, es ist immer ein wichtiger Stab. Und zwar stellt der Tonarm ja die Verbindung zwischen dem Laufwerk, wo die Platte drauf liegt und der Nadel. Der Tonarm führt die Nadel sauber über den Plattenteller und sorgt dafür, dass die Nadel, auch ein wichtiges Bauteil sicherlich, dass sie den Ton gut abtasten kann in der Rille. Was macht jetzt euer Tonarm, denn es geht ganz speziell um euren Tonarm, den Unity-Tonarm. Genau, der Unity-Tonarm ist ein ganz neuer Arm. Ich hoffe, man kann das hier gut sehen. Ich drehe es mal ein bisschen ein. Ja, genau, nochmal ein bisschen weiter. Das sieht schon aus wie ein Auto-Bauteil, sieht aus wie Carbon. Genau, da sind wir auch schon bei einem der Details. Also das Herausragende beim Unity ist, dass der die Summe aus ganz vielen kleinen, starken Verbesserungen ist. Das fängt bei der Monocoque-Bauweise vom Tonarmrohr an, was resonanzoptimierend ist. Grundsätzlich ist der Unity-Tonarm ein einpunktgelagerter Tonarm, was fast das Beste ist, kann man fast sagen. Also kein Lager ist natürlich noch besser. Was beim einpunktgelagerten häufig aber passiert ist, dass der Tonarm, ich kann das mal zeigen, dann auch links und rechts eher flexibel ist. Wir haben... Wo ist der Punkt, wenn du sagst... Der Punkt ist genau hier drunter. Das ist eine ganz spitze Nadel und die lagert den Tonarm, die Kapsel und das Tonarmrohr. Und damit der Arm nicht wackelt, sondern sauber geführt wird, haben wir ihn seitlich über Magneten stabilisiert. Das ist so die herausragende Konstruktion bei diesem Tonarm. Woraus besteht der Tonarm selbst? Das ist einmal hier das Monocoque-Carbonrohr und eben halt Aluminium-Bauteile, die dann das Ganze stabilisieren. Es soll Features darüber hinaus geben, über den Arm und die besprochenen Features hinaus geben. Welche sind das? Also in diesem Unity-Tonarm fließen eigentlich die gesamte Erfahrung unseres Unternehmens rein. Wir haben zum Beispiel hinten die Gewichte, die sind selbstverständlich unterhalb des Tonarmrohrs angelagert, auf Höhe des Tonarms. Darüber hinaus haben wir für eine bessere Balance eben links und rechts die Gewichte angeordnet. Man sieht das jetzt hier auch, glaube ich, ganz gut. Die Gewichte sind einstellbar. Es werden drei Sets mitgeliefert. Wir können für jeden Tonabnehmer auf dem Markt die Gewichte einstellen. Also es ist wirklich für jeden Tonabnehmer möglich. Es ist auch so simpel zu wechseln, ne? Es ist ja wirklich nur ein reines Einhängen. Genau, reines Einhängen, reines Wickeln. Die Installation ist damit auch relativ einfach. Darüber hinaus, ein weiteres Highlight ist eben der VTA-Lifter, der hier während des Spielens verändert werden kann. Beziehungsweise bei der Grundjustage ist es eben halt sehr einfach, den VTA einzustellen. Was ist ein VTA-Lifter? Also wichtig bei der Installation ist ja, dass das Tonarmrohr gerade läuft, dass die Nadel im entsprechenden Winkel in die Plattenrille eintaucht. Hierfür ist es eben wichtig, dass der Arm in der richtigen Höhe eingestellt wird. Das ist meistens über seitliche Schrauben und wird einmal fixiert. Wir können das hier mit dem Drehgerädchen auf jede Plattendichte individuell einstellen. Okay, und das sollte man auch? Das kann man gut machen, das hört man auch, das hört man sehr stark, weil der Winkel, mit dem die Nadel eintaucht, klangentscheidend ist. Und das Spannende ist ja beim Thema Vinyl, um da so wieder einen großen Bogen zu machen, ist, dass kleinste Einstellungen große Klangunterschiede machen. Und deswegen machen auch bei dem Tonarmrohr kleine Veränderungen, wie zum Beispiel die Gewichte unterhalb des Tonarmrohrs anzubringen und auszubalancieren, riesen Klangunterschiede. Das kann ich, jetzt ist natürlich hier alles von euch, kann ich so einen Arm auch einzeln auf einer anderen Anlage installieren? Ja, das ist der Unity, das ist ein 10-Zoll-Arm. Das heißt, da sprechen wir von der Länge. Es gibt 9, 10, 12. Das ist ein 10-Zonen-Arm. Und wir sind dadurch, dass wir eine sehr hohe Fertigungstiefe haben, in der Lage, den auf fast alle Laufwerke dieser Welt zu bauen. Die grundsätzliche Bohrung ist eine Standardaufnahme, so sollte der zu 80 Prozent auf die meisten Laufwerke passen. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, jetzt auch mal nach Preisen zu fragen. Das kommt gleich auf dich zu. Ich will nur vorher einmal nochmal klar machen, wie viel Arbeit da drin steckt. Du sagst, die gesamte Erfahrung, und das ist, weil dieser Satz noch nie zuvor gefallen ist, kein stumpfer Marketing-Spruch, sondern die Herausforderung ist hoch bei Tonarmen in der Weiterentwicklung. Ja, genau. Also wir haben ja 46 Jahre Erfahrung und das fließt halt immer wieder in neuere Produkte ein. Und man könnte meinen, ja, dann ist irgendwann so die Decke erreicht. Aber wenn man sich hier und da ein bisschen weiter guckt und das mit den Horizonten ein bisschen erweitert, dann kommt man auf neue Produkte, wie zum Beispiel die magnetische Stabilisierung des Einpunktlagers. Wir hatten ja mit dem Unify schon einen sehr erfolgreichen Einpunktgelagerten Tonarm. Hier haben wir es jetzt nochmal magnetisiert und die Herausforderung ist, das auch immer in Serie bauen zu können. Also einen Prototyp gibt es ganz viele draußen. Aber das dann auch in Serie, mit einer Serienkonstanz zu machen und wir fertigen alles komplett in Erlangen von Spezialisten. Also es ist auch so, dass unsere Mitarbeiter langjährige Kollegen sind, die sich in diese Themen reinarbeiten und auch das Zusammenbauen erfordert ein bisschen Know-how und es erfordert auch Erfahrung. Im Bereich, ich sehe das hier, Resonanzarmut, Resonanzfrequenz, Gewicht ist ein Thema? Gewicht ist natürlich ein Thema, weil das die Resonanzfrequenz beeinflusst und es beeinflusst halt auch mit wie viel, mit welchen Tonabnehmern man gut zusammenarbeiten kann. Weil wir sind natürlich ein großer Hersteller von Tonabnehmern. Wir sind auch ein gefragter Hersteller von Tonabnehmern. Nichtsdestotrotz hat der ein oder andere Kunde den Wunsch, etwas anderes zu nehmen. Und das ist dann auch möglich. Was investiere ich denn in so einen Tonarm? Darf ich noch eine Frage vorwegstellen? Ich mache es nochmal spannender. Wann merke ich denn oder wann ist der Tonarm das Bauteil, mit dem ich mich mal beschäftigen sollte? Grundsätzlich immer mal, soll man einfach sagen, okay, ich habe jetzt sehr viel investiert für meine Anlage. Vielleicht kriege ich über den Tonarm nochmal mehr raus oder müssen irgendwelche Probleme schon hörbar sein, dass ich sage, da gehe ich mal ran? Nee, in der Regel ist es ja so, wenn es gut spielt, dann verbessert man seine Anlage, weil man Spaß dran hat. Und die meisten Kunden entscheiden sich halt auch optisch für das ein oder andere Modell. Und das erste Upgrade ist dann in der Regel auch der Tonarm. Also es ist ein Upgrade, genau. Und jetzt kommt die Zahl? Jetzt kommt die Zahl, genau. Der Tonarm, den gibt es übrigens auch in Silber, das wollte ich auch nochmal sagen, liegt bei 15.000 Euro. 15.000 Euro. Genau. Und damit ist er auch schon, na klar, sicherlich von den Upgrades auch für Kunden gedacht, die schon große Laufwerke haben. Das ist dann schon so, ja. Nils Hörscher, habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas, was dir noch wichtig ist? Ja, was mir wichtig ist, wir haben allerlei Zubehör dabei. Zum Beispiel, wir haben eigentlich dafür auch eine Schablone entwickelt, die das Einstellen auch ein bisschen leichter macht, weil die ersten, die einigen Zuschauer werden schon sagen, Mensch, wo lege ich denn da jetzt die Libelle drauf? Wir haben eine Einstellenzustellstablone. Wir sind bei den Gewichten auch in der Lage, das individuell anzufertigen. Also wenn ein spezieller Tonarm, wie man ein besonderes Gewicht hat, können wir das auch realisieren. Ach, okay. Und was uns wirklich wichtig ist, weil wir die Maschinen in Erlangen haben, wir können den Tonarm auf nahezu fast alle Laufwerke bauen. Also es ist ein tolles Upgrade, auch wenn man noch kein Klee Audio Laufwerk hat, kann man auch mit dem Arm über einen Upgrade nachdenken. Noch keins, fand ich schön. Noch keins, ja, genau. Man muss sich auch steigern können. Genau. Nils Hörscher von Klee Audio. Dankeschön für die Besuche dieses Mal. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, also es ist immer wieder ein ganz spezielles Thema und braucht dich dafür auch immer an meiner Seite. Sehr gerne. Gibt es viele spannende Themen. Das kann mal wirklich so Rabbit Hole-artig ins Detail gehen oder auch mal aufs große Ganze schauen, denn das werden wir heute Nachmittag auch noch. Danke für euer Interesse. Das sind die Analogtage 2024.